Jetzt ist er da für die zweite Feier. Ja, nice. Gönn dir. So muss das. Den ganzen Tag durchfeiern. Die Stage is real. Als Gesicht, ja? Okay. Ich sehe da keine, die Hände in die Luft nimmt. Just saying. Gibt es dann auch rechte Hai? Seht euch das an. Die Rampen sauer. Du musst hoch auf die Bühne. Ja. Ich muss erst mal looten. Da noch was? Jawohl. Oh, so richtig viel. Warte mal, was? Nee, ich dachte schon. Packen wir es an. Da haben wir ein Linkgeheister. Yeah. Enten sie guckt. Das ist Mario Show. Was passiert jetzt? Und ihr da draußen. Macht euch bereit für die Show. Müssen wir jetzt im Rhythmus tanzen, oder was? Ach, gleich ist der Bossfighter halt auch so ausgelegt. Das wäre auch cool. Oh ja, ist auf jeden Fall der Bossfight. Jo. Was können wir jetzt machen? Leute. Aber wie viel Damage macht Peppermint bitte? Okay, also so geht es nicht, ne? Na gut, auch mit Peppermint war das ja schon super. Wow. Ah, guck mal. Nein. Das steht, ne? Jawohl, wir blocken einfach alles. Wir sind insane. Das sieht für cool aus mal wieder, ne? Oh, was? Okay. 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 Oh, erstmal ganz gemütlich, die ganzen Ads. Na, haben wir keine mehr? Oh, was war das? Okay. Das wird so sehr, happy. Das war's. Oh, komm mal hier mit. Das tut mir doch leid. Das tut mir doch leid. Das tut mir doch leid. Ich sehe sie. Popsiker, ich kann mich schon klar. Was? Halt damit. Das tut mir doch leid. Zeig's ihnen. Das die kleine Tur. letzte phase bisher war es doch sehr einfach was das jetzt Gita Hero, let's go great reason Das wird doch keine Tastaturaufgabe geben. Hallo? Selbst schuld. Was ist das? Oh, was ist das denn? Nein, warum spiel ich denn da nicht rüber? Ja, was tut sie denn? Warum muss ich dagegen schlagen? Warum muss ich dagegen schlagen? Ach so. Ey, ich dachte mal, das rote ist das Kloster gerade dagegen schlagen. So, jetzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Würde ich, würde ich machen, Zocker-Ball, das wäre so geil. Was ist das? Achso, die Noten. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben, ne? Ah, jetzt schon. Nein. Let's go, und it's over. Hä, wo ist sie hin? Und geht's heute noch weiter dann, Zocker-Ball, oder ist genug gefeiert? Ah, das ist schon wieder. Verdammt. 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 So, let's go. Oh, kein Ess mehr. Gerade noch so. Bam. Und das war das Ende. Von Mimosa. Oh, ne, noch nicht. Das finde ich so geil, das macht immer so Spaß. Was? Ach, wir haben's. Was? Nein. Wir verlieren nie. Ich dachte gar nicht, ich habe gefällt, aber... Schleim mal nicht. Oh. Da finde ich Feuerwerk auf einmal doch wieder ganz gut. Nice. Das schönste Feuerwerk, was ich hier gesehen habe. Und was kommt da runter? Ah, natürlich. Der Passwortteil. Ja, nice. Was gemacht? Zu verschwinden. Wieder mal ins Börsenlofe. Der Strom wird jetzt umgeleitet. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte erst mal Pause. Geht's mal weiter draus? Mach was vor zu. Mach das Licht an, findet sie. Oha. Ich finde, der sieht voll aus wie Wladimir, ne, mit dem 1 Kinder. Ja. Äh. Welche Bereiche? Alle! Sofort! Alle! Unfassbar! Jetzt ist Corsica bei denen? Ich bin von Trotteln umgeben. Naja. Technisch gesehen sind es nur wir beide. Klappe, Rogue Four. Okay. Die Abstimmung des Turms ist priorisiert. Ich habe den Etat neu zugewiesen. Hier kommt nicht mal eine Fliege. Was weißt du von Sicherheit? Du bist nur ein Erbsenzähler. Du willst mich nicht ärgern, Kale. Warum nicht? Ich will sehen, wie wütend du wirst, wenn es diese Punks hier reinschaffen. Wenn's dazu kommt, kümmere ich mich drum. Darf ich jetzt vorschlagen, mit dem Plan fortzufahren? Nachdem ich Kaffee hatte. Das, äh, Kaffee ist zu. Als ich sagte, mach den Campus dicht, meinte ich nicht das Kaffee! Du hast gesagt alles. Aber nicht Kaffee! Für solche Dinge braucht man immer Kaffee! Mach das Kaffee auf. Tja, und deswegen sollte man nicht abhängig von Kaffee sein. Wir müssen den Plan beschleunigen. Das wie eine Familie klären. Jo. So viele hat er aber nicht mehr in seiner Familie.